Irgendwie ist es langsam fast schon langweilig. Gold markiert schon wieder ein neues Allzeithoch, liegt diesmal oberhalb der Marke von 1.500 US-Dollar. Cornelia Frey, Marktbeobachterin an der Besse Stuttgart, die 1.500-Dollar-Marke handelt lange Zeit als eine etwas magische Marke. Doch Gold springt jetzt praktisch mühelos drüber. Wie lange soll die Host bei Gold eigentlich noch weitergehen? Das fragen sich viele Akteure, die sich diese Bewegung in den Tagen angeschaut haben. Aber ganz ehrlich, unsere Anleger sind eigentlich voller Optimismus. Wir sehen, dass Zertifikate gekauft werden, dass börsengehandelte Fonds gekauft werden, auch Hebelprodukte. Also man setzt eigentlich mit allen möglichen Produkten auf einen weiteren Anstieg. Und was das Gold in den letzten Tagen immer so angetrieben hat, ist natürlich der sichere Hafen, also die Flucht der Anleger in den sicheren Hafen. Wir haben Inflationssorgen am Markt. Die europäische Schuldenkrise war in dieser Woche ja ein großes Thema. Da war natürlich auch der sichere Hafen gefragt. Und wenn man sich den DAX anschaut, könnte man denken, die Stimmung ist wirklich sehr gut an den Märkten. Aber offensichtlich sind nach wie vor viele Akteure verunsichert und dementsprechend quasi die Flucht in den sicheren Hafen des Goldes. Und ja, die Anleger sind optimistisch. Also 1500 ist geknackt. Mal schauen, wohin die Reise jetzt geht. Sogar noch ein ganzes Stück besser läuft es beim kleinen Bruder, dem Silber. Allein in diesem Jahr konnte Silber über 60 Prozent zulegen. Wie ist das noch bitte zu erklären? Oder entwickelt sich, anders gefragt, entwickelt sich hier vielleicht schon eine kleine Blase? Ja, auch das hört man immer wieder am Markt. Das Akteure sagen, das muss eine Blasenbildung sein. Ein solches Plus innerhalb von ja quasi vier Monaten, die wir jetzt gesehen haben. Also da schüttelt schon manch einer den Kopf. Aber beim Gold geht es ja quasi nur um den sicheren Hafen. Also quasi Inflationsschutz und die Sorge vor größeren wirtschaftlichen Problemen. Auf der Welt bei Silber allerdings kommt noch der wirtschaftliche Aspekt hinzu. Das heißt, Silber spielt auch eine wichtige Rolle in der Industrie. Das heißt, wenn die Wirtschaft rund läuft, dann wird auch nach Silber nachgefragt. Und dementsprechend kann Silber also einerseits als sicherer Hafen punkten, aber eben auch was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft. Und viele sagen, die Marke von 50 Dollar sollte eigentlich kein Problem sein. Eine Marke, die wir erst einmal gesehen haben. Und zwar im Jahre 1980, als die Gebrüder Hand mit ihren Spekulationen den Preis in diese Höhe getrieben hatten. Dann ging es aber rapide nach unten, als diese Blase geplatzt ist. Aber viele sagen, 50 Dollar im aktuellen Umfeld, das dürfte kein Problem sein. Also wenn ich Sie richtig verstehe, erwarten Sie jetzt bereits auch für Sommer schon weiter steigende Preise für die beiden Edelmetalle? Was spricht dafür bzw. was spricht dagegen? Also unsere Anleger sind voller Optimismus. Wir sehen eigentlich wirklich nur Anleger, die Long-Gain, wie es im Fachjargon so schön heißt, die auf den Anstieg spekulieren. Zum einen, weil viele eben verunsichert sind. Die europäische Schuldenkrise, das Thema Inflation ist ganz klar ein Thema, das die Anleger derzeit spielen. Und wenn es nach unseren Anlegern geht, sollte es quasi nur nach oben gehen. Aber die Gefahr einer Blasenbildung ist natürlich immer vorhanden, keine Frage. Vor allem, wenn man sich die Performance angeschaut hat. Aber der Optimismus unserer Anleger, der ist ungebrochen. Zum Abschluss, wie immer noch der Blick auf den DAX. Nach einem eher turbulenten Wochenstart konnte sich der DAX jetzt wieder etwas fangen. Liegt jetzt wieder oberhalb der 7.300 Punkte. Ja, was machen die Anleger draus? Eine Entwicklung, der die Anleger so richtig misstrauen, kann man sagen. Wir haben am Mittwoch schon einen Riesensprung gesehen von über drei Prozent. Und die Anleger gingen permanent short, haben immer Put-Option-Scheine und Knock-Up-Putz gekauft, haben gesagt, irgendwann wird es zu Gewinnmitnahmen auf diesem Niveau kommen. Jetzt die guten Zahlen von Apple, der DAX wieder deutlich im Plus und die Skepsis der Anleger bleibt. Also, dass wir nach dem Osterwochenende quasi schon die Marke von 7.400 Punkten ins Visier nehmen, das halten unsere Anleger eher für unmöglich. Im Gegenteil, man sagt, es wird zu Gewinnmitnahmen kommen. Also, die Anleger ganz klar voller Skepsis und man setzt darauf, dass der DAX wieder ein bisschen federn lässt. Während die beiden Edelmetaller Gold und Silber weiterhin eine Wahnsinnszeit erleben, geht es beim DAX eher turbulent zu Cornelia Frey. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.